Hallo, hallo, hallo! Wir gucken uns jetzt mal die... ...den Auftrag hier an. Die Jagdsperre machen wir später, aber Monsterjagd werden wir machen. So, und ich wollte einmal gucken. Das war Status. Kann man auch irgendwo sehen. Ah! So, das ist... ...unser aktueller Rang. Ich glaube, ich sollte mal einen Bogenschützer als nächstes machen. Ah, komm, wir gehen hier jetzt erstmal rein. Lager aufschlagen, ja. Gott. Der steht ja blöd. So, kochen. Wie Steak, ja. So. Danke, wünsche ich dir auch, Tronic. Ah, und jetzt krieg ich Hunger. So. 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 Das war's grad falsch. So. So, auf geht's. Zurück zur Hauptstadt. Oh, bis jetzt ganz entspannt. Ähm. Oh Gott. Ähm. So ganz entspannt. Äh, sehr viel, äh, gedaddelt bis jetzt. Und, äh, joa, aber so erstmal noch nix großartiges gemacht. Nacht ist ja irgendwie erst, äh, der erste Tag. Ab morgen fängt dann der richtige Urlaub an. Und da hab ich ein paar Sachen geplant. Ja. Wie zum Beispiel die Bude ausmisten und sowas. Also, das wird noch schön anstrengend. Okay. Jaaa. Hab ich eigentlich überhaupt keinen Bock zu. Aber... Muss mal gemacht werden. Und, ähm, ich wollte auch sowas machen wie, zum Beispiel den, äh, Schuppen von Schränken befreien, die da drinne sind. Weil die können mal in, äh, Sperrmüll. Und, äh, ja, da kann ich dann einige Sachen aus der Wohnung reinstellen. Was halt aktuell nicht geht, weil ich da keinen Platz hab für Regale oder sowas. Und, ja. Hehe. Oh. Oh. I can't wait to find out what's inside. Hey. Hey. Wann werde ich hier von Schweinen angegriffen? So, weiter geht's, oder zurück geht's? In einer anderen Welt habe ich gelernt, dass eine verletzte Riftstunde neben mir liegt. Darf ich dich da, Master? Darf ich dieses Entwicklung an Kapitän Brandt informieren? Lass mich, um dich zu steuern, Master. Ich weiß die Person, die du suchen möchtest. Wo ist hier ein Riftstone? So. Oh Gott. Alter Schwede. So. Oh. 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 So, weiter geht's. Ja, ich lauf dir hinterher. So, weiter geht's. Ich steig da jetzt grad nicht durch. Das ist für die Arisen zu entscheiden. So, weiter geht's. Oh Gott. So, weiter geht's. So. So, irgendwie haben wir grad eine Quest-Aktualisierung bekommen für die Dose, die wir gekauft haben. Also werde ich das jetzt mal in die Hand drücken. So. Ja, ich weiß, wieso nachts hierher. Äh. 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 Danke, Wildsmark. Okay. Okay. So. 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 Eigentlich. So. 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 Ich habe ihn mit meinen eigenen Händen gewonnen, ohne eine bestimmte Angelegenheit. Natürlich, im Endeffekt, du bist derjenige, der schaffst du das. Das ist alles gut, ich weiß, dass du gut sagst. Außerdem kann ich sicher sagen, dass es noch eine neue Erfahrung ist. Ich wollte dir etwas geben, indem du zu bedanken. Hier, das ist für dich. Entschuldigung, Freund, aber ich würde lieber gehen. Ich muss nicht die Mutter herausfinden, dass ich das Haus verlassen habe. Okay, das ist der Prinz, oder wie? Danke, dass du mich betrachtest. Ich hoffe, dass wir uns einander sehen. Bis zum nächsten Mal. Ach, ich muss den Knopf drängen, oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Ich behalte den Bettler im Auge. Interessant. Hm. Hm. Was bedeutet eigentlich diese 1? 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 3. Haken-Däuche. Okay. Gibt es hier was? Schubbiges Oberteil. Wächterplattenharnisch. Okay. So, aber ich will einmal bis in die Nacht hier wäre es das im... Gott, wie langsam der läuft. So. Hallo. Lagerfälle einloggen. So. 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 Alter, habe ich viele Zutaten. Oh. Suche-Medallion. Ring der Resilienz. Ah. Gott, habe ich viele Lazarus-Steine. Gibt es eigentlich schon eine Goldfarm? Onyx. Tigerauge. Heilplattenharnisch. Heilplattenharnisch. Waldläufer, Beinkleider. Okay. Lampenöl hergestellt. Dörfleisch. Ah, Lampenöl. Ja, wir wollen jetzt ins Bett gehen. Oh, ein Gegner besiegt. Ogam eliminieren. Einfach ein voller lehrreicher Erfahrung. Überall zog der erweckte misstrauische Blicke auf sich. Solche Erfahrung macht eine Reise lohn... lohnswert. Okay. Ja. Alles erhalten. Alles ins Lager. Ja. Zeichen der Tapferkeit. Äh, nö. Bestätigen. Bestätigen. So. Miao. Ah, hi. Hi. Ja, ich habe einen Augenblick Zeit. Na, was hast du zu berichten? Ja, ich weiß. Über die Monsterjagd. Oh, Expeditionsumhang. Oh. Oh. Okay. Dankeschön. Hmm. Gegen den falschen, souveränen Kunden. So, wir haben doch irgendwas hier gerade noch bekommen. Oh. Oh. Okay, ich... So. Ja, ich will... So, bevor you check the front, hope to see you again. Wie kommt die jetzt hier her? Hallo? Dankeschön. Kaufen. Ja, jetzt kann ich wechseln. Okay. Oh. Die Lamellenrüstung sieht gut aus. Okay. Survive. Many thanks. I appreciate the business. Ja, dankeschön. So. Nice. Ausrüstung verbessern. Hey. Okay. Okay, dann bringen wir jetzt erstmal wieder ein paar Sachen ins Lager. Irgendwie sieht die Grafik irgendwie komisch aus. Ich weiß aber auch nicht, wo dran das liegt. Okay, das... Okay, progressiv sieht besser aus. Mesh-Qualität. Oh, Gott sei Dank, Bewegungs- und Schärfe ist aus. Oh. Das sieht besser aus. Okay. Ähm, warum dauerten die so lange? Ich hatte irgendwie den Eindruck, das geht relativ schnell. Und dann könnt ihr 18 Stück anfertigen. Himmelsspalter. Ich habe die Kaffee mit dem 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 Dankeschön. So. Oh. Das geht ja echt gut klar. Und wenn dann Antimaterie wirklich das Problem ist, dann ist das ja so gesehen ja noch relativ easy. Das geht ja gut klar. Ja, ich weiß, wo man dich findet. Das geht ja gut. Ein neuer Bogen, schuppige Eindringlinge, die verzierte Dose, Dorf ohne Namen. Okay, laufen wir hier einmal rüber. Oh, da ist Sven. Hallo Sven. Ja, hab ich. Okay, ja, das tut mir leid. Oh Gott. Ich wundere mich, warum mir so kalt ist. Ja. Das habe ich ja völlig vergessen. Ähm, was zur Hölle? Ähm, was bin ich sehend? Warum ist hier ein Troll? Alter, warum greift denn ein... Wo bin ich? Äh, da unten planiert. Warum bin ich... Warum ist hier ein fucking Troll in der Stadt? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der hat keine Chance. Und ich konnte sogar einen Vasile-Auftrag von Vega erledigen. Sauber. Now I can report a successful hunt. Not a bad idea. You are mighty indeed arisen. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder nicht. Ich kann es nicht einstufen. So. So. Gestern ist durch eine Short-Aufnahme das komplette Bild groß geworden. Also die Kamera. Deswegen musste ich jetzt mal eben kurz prüfen, ob das immer noch so ist. Aber war nicht. Okay, reisen wir hier rüber. Okay. So. 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 So, mal ne Frage, lasst ihr denn euer Polonium und Plutonium Kram dauerhaft laufen und wird denn da auch genügend produziert, weil das was ich bei Calvin gesehen hab, sah ein wenig wenig aus. So, laufen wir hier lang. Ah, ok. Oh, Gott. 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 Schnell of the forest. Let us hope we make it through without incident. That's just what I was thinking. If you are in need, I must serve. We have no means of exploding our enemies weakness. Yes. Hehehe. Oh. Stufe 8. Angriff auf Diebe. And I will not be done in my life of you. That's why magic grant you an elemental boon. Oh god. Aber brauchst du nicht... ...auch noch... ...brauchst du polonium und... Es kann sein... ...eins von den beiden Sachen... ...ähm... ...da bin ich mir grad nicht sicher. Das, was in diesen neural... ...ääh... ...neuralen Dingenskirchen da untergebracht werden. Ähm... Daaa... ...die... ...die... ...die brauchen Sonnenlicht. ... 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 okay sonst eine andere idee wäre natürlich alles abzureißen und im everbright wieder aufzubauen weil da dauerhaft dauerhaft sonnenlicht ist ich habe ein guter fühlen Okay, jetzt nach rechts. Oh Gott, noch mehr. Your climbers must be tedious if you've resorted to challenging beasts to bouts. Forgive me, I could not help but laugh. You're soaked! Do you try not to catch cold? Stay with me, Arisen. Wait right there. Hm. Dann erklär das mal, Calvin. Mal gucken, ob der, der da Bock drauf hat. Nice. Nice. Now I'm gonna have to catch up. Now I'm gonna have to catch up. Not to be able to catch up. And this is what? Now I'm gonna have to catch up. I'm gonna have to catch up. 23 nice Hmm Oh Wir hätten hier unten lang laufen müssen Okay Dann Laufen wir wieder zurück So There are useful ingredients Oh Geil So Weitere Käfer Oh ich bin schwer beladen Oh 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 Oh. Oh. Aber wo kommt ihr denn her? Ah. Das waren keine. Okay. Hehe. So. So. Campen wir jetzt. Ist da gerade ein Troll runtergefallen? Okay. Hier kommt wir. Ja. Oh. Cool. Ausstattung mit Grasmuster. Oh. 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 Okay. So, das sieht hier irgendwie ganz komisch hier alles aus. Was macht ein fucking Minotaurus hier? Oh. 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 Und so kriegt man einen Minotaurus down. So, ich muss mal eben mal... ...mein Bildschirm einstellen. Zwar flackert der, wenn der schwarz wird. Untertitelung. BR 2018 Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. Okay. Nook Master, a treasure chest, but you'll have to find a way to reach it. Dorf ohne Namen. You there! Are you looking to enter the village? If you'd have gone elsewhere friend, what's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. That man just now seems rather on edge. What could we have seen if you'd have gone elsewhere? Das ist nichts zu tun, hier. Was hast du denn Feines? Oh. Das ist nichts zu tun, hier. 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 Also, bis gleich. Das ist nichts zu tun, hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I'll fare all right without you for a little while. It is not our place to hurry the arisen. Oh. 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 Whoa. Okay. Dann versuchen wir das nochmal anders. Oh Gott. Oh. Oh. Hey. Sober. Oh. 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 Gott sei Dank. Du hast es geschafft, alles. Ich glaube, das bedeutet, dass ich gewinnen. Ui, Sie sind die besten... Ich liebe mich. Du hast nicht entschuldigt, hast du? Du hast gut gemacht. Es scheint, dass du nur 3... Du willst über ihn wissen. Wir sollten uns neutral sein. Normalerweise würde ich nicht ein Wort sagen, über einen unserer Arbeit. Aber ich glaube, ich kann dir sagen, die Situation ist, wie es ist. Sein Name ist Dara. Er war einer von uns. Aber er hat sich ausgesucht. Wir hatten keine Wahl. Nachdem er ausgesucht hat, waren Männer und Frauen von Schäden. Center Stage ist nicht unser Platz, und er hat sich ausgesucht. Deshalb wurde er ausgesucht. Er wird nicht... Das ist alles, was du willst? Was kann ich sagen? Nicht viele Leute interessieren mit diesem Ort. Glücklich für mich. Insofern, die meisten Besucher werden entgegen, dass wir sie mit einem Schäden packen mit einem Schäden schäden. Und wenn sie nicht... Wir trainen nur die wenigen, die hier machen. Das ist alles, was du gefragt hast? Vor allem, Dara war in der Lage, um den nächsten Schäden zu werden. Aber er verletzt hat. Er hat eine große Schäden in der Schäden während der Schäden. Also, der Titel ist für mich. Das ist, wenn er ausgesucht hat, zu sagen, er hat die Schäden in seiner Schäden um sich als Arisent. Und wie ein Schäden, das war. Er hat sich nicht mehr als er ausgesucht. Er hat sich nicht mehr als Erreign. Er hat sich nicht mehr als Erreign. Er hat sich nicht mehr als Erreign. Er ist ein Schäden. Aber wir können ihn nicht denken, dass er sich nicht mehr als Erreign und ein Schäden zu leben, in der Lüge des Lüge, nach dem Köln zu haben. Ich denke, er braucht etwas, um ihn zu erinnern, der Geld er hat. Jetzt, um die Maester zu lernen. Ich bin nicht sicher, dass du ihn für seine Schäden nutzen kannst. Du bist hier, um mich zu fragen zu fragen, Das ist alles, was du zu fragen möchtest? Ja. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe jetzt bekommen, Handbuch des Diebes. Ein Foliant, der einen außergewöhnlich für Diebeschreib, benutzt, um formloser Gegenschlag zu lernen. Auch für Hauptfassalen. Opus der Legende kennen wir ja schon. Daraks Haftbefehl. Ein Haftbehl mit dem Konterfeil eines Mannes, er laut gesucht wegen Verbrechen gegen Vermund und sein Volk. Um. Das wird nicht tun. Das ist genug. Danke, Herr. Ein Pelzschünder. Hmmm. Hmm. Geld. Diebesgamaschen. Greifte Wogenschwimmer. Ah. So, das ist, wo du warst, Herr. Ich suche, hoch und hoch für dich. Oh, du warst, du warst. Dann schlafen wir mal über Nacht. So. Ach so. Nun laufen wir hier mal weiter. Okay, Gegenstände. Oh, jetzt ist der Weg frei. Nice. Das ist nicht so, wie ich erinnere mich. Was könnte der Grund sein? Das braucht weitere Anfängerung. Okay. 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 Oh. Oh. Okay. 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 I'm all for swapping stories, but perhaps another night I can scarce keep my eyes open. Oh. Woah. Hey. Gut, gut, gut. Gut, gut. 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 So, dann geht's jetzt weiter. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, dieser... Oh, ein Troll. Lügebrecher also. Und platt gesessen. Oh Gott. Ah. Wow. Dankeschön. Ah Nice Hey There's a novel idea I've never seen my own master Attempt such a Well well Color me surprised Hehe Oh 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 Wollen wir mal hier hoch gucken Oh Oh Gott Oh 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 Und eine Höhle Schön Verordnete Stille Oh 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 Wow Ich bin eingeschlafen Oh 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 Sind hier Spinnen Oh 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 Okay Weiter geht's Hacker Horn Verfallene Siedlung. Yo. Oi. Verfallene Siedlung. Im Sprung. Im Sprung. Okay. Krass. Yo. No. Na komm runter. Just go. Fast and true, and our quarry shall move. Gott. Alter, der ganze Bildschirm. Alter, der ganze Bildschirm. Ja, ich kann grad nicht. Hilfe. Mist. Das war's. Das war's. Ja, Mika. Ja. 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 So... Wollen wir... Ich will doch mal eben unten. So, hier unten konnte man ja irgendwie dem bisschen was spenden. Es könnte... Ich kann dir auf dich stellen... Einige Kläden werden für unsere Erfolg in diesem Thema essentiell sein. Willkommen. Hallo. Guten Tag, Herr. Lass uns mit allen, die wir denken können, die wir nicht kennen. Okay. Willkommen. Willkommen. Wo bist du? Oh. 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 Wo könnte denn Malcolm sein? Ah, der durchwohlen Schutt, okay. Wir haben ein Material gefunden. Hier ist auch keiner. Willkommen. Ähm. 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 weiter sein oh guck mal da blinkt was das gucken wir uns an briefwetzen von der erlösenden hand bitte sagt dass ihr sie aufsuchen werdet sie ist eure beste hoffnung sie hat forschung über beruhigungs- und schlafsmittel für die armen in batal angestellt da bin ich mir nicht so sicher sie wird okay ich habe no mother or father to speak of you see i wanted to get them a present to say thank you now the problem is do you think you could help me all i need true i'm sure you'll find the prettiest flowers that okay dann gucken wir doch mal eben nach nehm blumen strauss hallo hallo Alles verladen. Siebes Gamaschen. Siehst du, wo ich mich findest? Siehst du, wo ich mich findest? Willkommen. Schön. Ich bin kein Wettbewerb. 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 Schaut wir, wo es liegt? Vielleicht, mal neu zu Daphne laufen. Und dann will ich hier einmal den Lazarus steigen. So, also, auf zu Daphne. Hi. So, wie du möchtest. All you have to do is find a silver stone, put it under your pe- But there's the problem, I've been looking all over for such a stone, and I can't find one anywhere. Would you find a silver stone and bring it to me arisen? For true, I knew I could count on- I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver stone. Mayhaps silver all will serve. We can purchase it, or mine it up ourselves. Finde Silbererz. Ah. I do the same thing every single day I... Harpchen. Hm. Okay, da kann ich von hinten rein, boys. Okay. So, wo könnte ein Malcolm sein? Okay. We could pick some now, and use them when the need arises. Maybe he was hoping- Maybe he was hoping to find something shiny. Wo könnte er denn sein? Wo könnte er denn sein? Hallo? Well, the place offers a view of the sea. Now, I need to sit back. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. I spend my day spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate fool in the city, I am yet to meet him. Oh, you bold-faced flatterer! You don't look like much. What would you have made? Well met, this here's, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Well I ne'er. Go on, have a look. What am I supposed to do? Interested in my wares? Ho there! Can't say I have any tidings. Ho there! I can't say much more of this. Isn't it about time we had ourselves a meal? Business could be better, but I'm scraping by. Oh god. Who the fuck are you? It's not that we were supposed to go exploring together. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those... I suppose we'll be wanting to report back now. Vaults, eh? Let us in... Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Ah, but you mentioned rubble, aye? And perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Please pray, follow me, and quickly. Please pray, follow me, and quickly. Please pray, follow me, and quickly. I believe this is the place, look there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done, but have a look for ourselves. The passage... Let us make haste. Heed your senses. If ought fills out a place, it could very well be a trap. Pray, speak up, should you notice or to miss? Fouliges Bestienfleisch. Hello? Oh. Oh. Nice. Erwachte Lebenskraft. Don't do that. Don't do it. Don't do it. Yes. Hold on. I know. Well, wait. Don't do it. Ja, well fought gegen irgendwelche Fledermäuse, ist klar. Okay, hier brauchen wir nicht hinsondern. Malcom, vielen Dank, dass du nicht verabschiedet hast. Du hast meine eterlösische Gratitude, Herr Herr. Herr Kendrick? Du wirst nie glauben, was ich gefunden habe. Ring der Erhaltung. Ring der Erhaltung. Ring der Erhaltung. So. Okay. So. hier unterm Schloss. We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy. Someone who can appreciate... As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. Oh, but... However, in exchange for your... Let's investigate this place's secrets together, eh? It's near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. To surely any scholars dream. I suppose it's so. Das ist... Nices. Nices Archiv. Cool. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. There say that's part and parcel of the adventurous trade. Und zurück geht's. So... Uh... Cray, follow me. Ah, ich brauche noch Silbererz. Aber wir wollten mal in die Leichenhalle gucken. Und so einen Lazarusstein verwenden. Good evening, sir. Good evening, sir. I trust you fared all right or... On the roads, despite the hour, much obliged. This ladder can take us to new heights. After you arisen? Again. Nah, wir wollen jetzt erst mal in die Leichenhalle gehen. Und gucken, ob wir jemanden wiederbeleben können. Okay, vielleicht müssen wir einen Tag verbringen. Okay, dann passt das. Und zurück geht's zu Daphne, die wollte Silbererz haben. Oh, ich kann's find a Silberstone anywhere. Oh, just look how it shines. Thank you ever so much. Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you, my mother and father, I don't even know what they look like, you know. Not to say I'm unhappy at the Gracious Hand, of course, but I want to tell them how grateful I am. Oh, it's so shiny. Oh. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. My hope we ought to pay her. Oh, it's so shiny. Oh. Oh, man. Oh, man. Yeah. Das war's für heute. Ja, dann warten wir mal bis abends. Ja, konnte ich. So, wieder ein bisschen einlagern. Okay. Fight the hour! You know where to find me. So. So. Have you business with the guild sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items... ...for the guilds? I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Okay. Es ist ein Freude. Uhhhh. Ja, guck mal. Ich verstehe. Wenn Ihre Majestät ist sicher, dass... Ah, aber natürlich. Ich schätze, Ihre Majestät intends zu posten die Billen und zu verabschieden. Ein kläberes Plan. Die Königin werden gefordert, um zu verabschieden, zu unserer neuen Soverein, aber wir werden nicht able, um die Billen aus dem Publikum zu verabschieden. Vielmehr, es wird als eine Attestation für Dara's Existenz, das wird eine unvergültige Wahrheit sein, bis der Mann zurückkehren. Und all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry will continue to deepen. A clever ploy, indeed. I shall attend to this matter personally. I've no doubt that this bill would prove its worth in due course. You have my gratitude, your majesty. Starrer Blick des Drachens? Okay, wenn du den Gegenstand starrer Blick des Drachen, werden Lazarus-Splitter auf der Karte angezeigt. Beachte jedoch, dass sich Anzahl und Positionen der Splitter, die gefunden werden können, mit der Zeit ändert. Sammle drei Lazarus-Steinsplitter. Okay. Oh. Oh! There is much we ought to tend to. If we ought to strengthen your majesty's claim of all those who serve the Queen Regent, there is both- I refer to Waldar, a magistrate, many a time as Deezer demanded Waldar amend the Code of Vermund to her own benefit. And many a time as the magistrate refused her, for he's loyal to none but the spirit of the law. As our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldar will be willing to vouch for your majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy. Should you be discovered, I will- Okay. Tis a ladder. Shall we see where it leads? Yes. Perhaps new discoveries await us above. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Much obliged. So, I trust you. So, I trust you. So, I trust you. Nice job, Alex is close for me. All's out. Fine. That's the only factor I have with how it is spent… könnte man nicht irgendwie hier wie heißt das das muss ich mal eben googeln dragons dogma 2 gegen stände verdoppeln so scrapper store und 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 okay also ich hab da gerade mal nachgeguckt scrappy store also dafür müssen wir die in andere stadt so hey nice also irgendwie da müssen wir hin reife weintraub nice hart knolle we meet again might as well take a look what you're here eh many thanks nothing caught your eye that's a shame we hope there's a lot worth of coin next time jaja wo könnte er sein i don't believe i had any visitors be gone i have no hospitality to extend toward one sorry sorry hä hä wo ist dieser laden so so you seek to enter battle i presume oh ich hab keinen sorry hello okay a treasure chest okay okay he'll sweep you a look from head to toe then they'll ask that ponce you'll think he'd know not to expect okay ah hello welcome sir contrary to the name this little shop of mine if you think me a liar then buy something and see the truth for yourself ah i see you desire one of my masterpieces is very well i shall have your order crafted in good time a little patience is yer uh or the creation of a masterpiece takes time sir Vielen Dank an dich. Du hast den Horn aber weggeworfen, hast du nun aber von dir entsteht die Chance, dass du weh... Okay. Oh, thank you, thank you. Pray, take this. I know it isn't much. Right, I'd best get going. Sir, though we may never meet a... So, was haben wir denn? I know it isn't much. Okay. I wonder how Harve Village fares. May have we ought to stop by? I can guide you there if you wish. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Where are you going? Da. It will take an age to arrive on foot. Better we may use of a fairy stone if one's available. So, und weiter. Well, I don't know. I don't know. I don't know. You'll have to travel. Have a dual lantern. Freshly rested as we are, this baton ought to be in our favor. Try not to get to it. Lass all that bin go to place. Cool. Cool. Schreie So, was hast du jetzt wieder zu erzählen? So, was hast du jetzt? Oh cool! So, was hast du jetzt? 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 Ja. Ja, ich bin dabei. So, was hast du jetzt? Okay. So, was hast du jetzt? 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 Ja. Kein Ding. Troublemaker? So, was hast du jetzt? So, was hast du jetzt? Ich habe gesagt, dass keine Archer zu schrauben. Aber er musste nur seine Nose schrauben, wenn es nicht so war. Er ist derjenige, der den Atakt des Saurians. Entschuldigung, ich habe nie gedacht, dass ich das überhaupt nicht so sein soll. Ich glaube, dass ein Bistrin etwas zu schrauben. Jonas! Wahrscheinlich gibt es keine Bedürfnisse für solche Gespräche. Du sagst das, nicht wahr? Es scheint, dass die Beestrinnen die Probleme erzeugen, und wir, Menschen, sind mit der Arbeit, um sie zu schlafen. Jonas, bitte! Du bist verdammt. Da! Ich entschuldige mich. Es scheint, dass sich die Dinge umgekehrt haben. Aber wir müssen das nicht aufzuhören, dein Triumph. Du kamst in unsere Hilfe, wenn wir es am meisten brauchten. Und für das, du hast unsere Gratitude, Sererism. Ich hoffe, dass du uns wiederholen kannst. A ruder fellow I never met. The village's troubles are far from done, if you ask me. Nice. Die Gratitude zu werden, ich sage. Ich sage, dass wir so viel wie wir können. Okay, ne, da gehen wir nicht drauf. Ja, wir machen überhaupt keinen Schaden. So, was passiert, wenn ich jetzt sage, ich möchte im Gasthaus wiederbelegt werden? Nein. Okay. 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 So... Das war impeccably timed, Arisen! Hehe That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Kommt der jetzt hierher oder nicht? Okay. Oh, da ist er. Ah, look at the edge of this foe, Master. These beasts have a favorite phrase. They'll doggedly pursue any, and all women they behold. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. Tis a foe worthy of caution. More to save our best will do. I can't get it. Tis absolutely lose its balance at any moment. The moment of victory is at hand. Let us finish this. The ogre is distracted from the woman in sight. It is a strike. Now is our best chance. You must make haste. You must make haste. The wreckless opponent makes a piece of bread. No, you're not. One of us has been down to the wall. Okay. Wie viele von diesen Exes sind hier eigentlich? Oh god, oh god, oh god. Hä? Oh god. Did you see the enemies go over? Oh god. Oh god. The enemy's movements have grown to stomach. The wrecklessness has done them no favors. They all took concern of their stripes. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Hey, hey. So. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay. 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 Du hast einen Weg, um dort zu hochzuhren? Ich bin nicht sicher, was wir finden, aber es könnte sein, dass es etwas sinnvolles ist. Es ist nicht so eine Erinnerung, aber alles wir machen, ist es ein Camp. Wir lassen uns zurück, wenn wir die Zeit kommen. Die Erinnerung hat sich geändert. Hehe. Perfekter Zweig. Rinder einer Bergbuche. Oh, äh... Entschuldigung, ich gebe dir eine rörende Flamme. Okay. Hehe. Höchst du? Ich wollte nicht für eine Kampf, aber ich kann dir nehmen. Ein Schraub ist alles, was ich brauche. Und dann könnt ihr 18 Stars machen. Ah, okay. Nice. Und dann gibt es eine... Sterebree? Äh, nö. Auf jeden Fall nicht. Aber hallo erstmal. Gätschel. 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 Jake. Gätschel. Te Ume. Ja, nice. Da ist dann nur die Frage, wie viele das Teil dann herstellt auf einmal. Ob man da schnell mit vorankommt oder ob das ewig und drei Tage dauert. Ja. Würde mich da auch mal interessieren. Gibt es eigentlich mittlerweile Äuze-Mods 10? Das... Äuze-Mods. Äuze-Mods. No Thrills? Was ist das denn? Oh Gott. Und ich habe gerade mal fünf ungefähr. So, was sagt denn Google dazu? So. 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 Schau so lange wie du denkst. Was bedeutet denn Eusomod Frills? Eusomod Frills? Was macht die da hinten? Oh, das können wir jetzt mal machen. Wo ist denn Daphne? Das ist ein bisschen was. Aber 600.000 Mobs, das ist schon ordentlich. Ich werde ihn anschauen. Ingedienste sind hierherausch. Ich bin froh. Das ist ein Problem für die Kirche, als sie von der riefer machte eine Holy-Water. Die Wasser ist so... Ich dachte, du kannst die Priester helfen, indem du ein Goldor gefunden hast. Ich hoffe, ich werde dir auch helfen. Ich schaue Goldor, in jedem Ort, wo ich mich überraschen kann. Jetzt bekommen wir Goldor. Ich dachte, ich hätte dir irgendwie zu bedanken. Was ist denn... Opus der Legenden, so von den... Vielleicht denn was seien die speziellen Wildbeuter? Das auf der Karte zu markieren. Was ist denn die Spitzelglocke, es eben ein bisschen zu kombinieren? Und Gegenstände unter... Oh. Nice. So. Dann bringen wir eben wieder Gegenstände weg und holen uns Golderz. Zwei Stücke. Okay. Okay. Well, Meg, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Oh. So, wo ist Daphne? Let's find the intended Recipient. I only hope the Recipient is pleased with our work. You have my support. Hallo, Daphne. We have reached our destination. Oi, you risen. Have you found any Goldor yet? Wow. This will be plenty, I reckon. Thank you ever so much. So. I was talking to the priests and apparently our troubles aren't over yet. Would you be willing to lend us a hand again? Thanks. So, remember how I told now lots of people who live near the priests have been treating everyone as best they can. I want to help them, but apart from ask you, that is. Would you... Oh, thanks, arisen. What would we do? I'll talk to the priests in the meantime. See if there's a... Okay. Okay. We can purchase it at shops or make some ourselves by combining the ingredients. Oi, you risen. Have you brought any medicine with you? Oh, Gegengift. Hm. Not yet. Fair. Okay, dann gucken wir doch mal, wie wir Gegengift herstellen können. Well, mate, you are come to Shakir's Inn. You will soon forget the fatigue of a long journey. Okay. Werbende Salve. Werbende Salve. Werbende Salve. Oh mein Gott. Wieso schläfst du denn nachts nicht? Achso. Oh, na doch. Ziemlich krass viel lange. Das ist halt das Seltsame. Ich hab mir auch schon drei Kaffee reingeballert und ja. Also ja, ganz komisch. Ich hab mir auch schon drei Kaffee reingebaut. Ja, das glaub ich auch. Aber ich muss jetzt erstmal irgendwie von der Arbeit und so weiter mich erholen. Und ich glaub, das macht sich grad bemerkbar. Ja. So, ich muss mal was testen. Okay. Nee, wir waren wieder um 24 Uhr zu Hause. Und dann habe ich mich direkt ins Bett gelegt und habe bis um 11 Uhr gepennt. Dann war ich beim Sport und das geht also. Ich habe einen Moment. Meine Master ist in need of aid, du siehst du? Und ich hoffe, dass du ein ... Oh, danke, Herr. Du kannst mir meinen Verliefen. Du kannst mir diese Gespräche weitergehen? Du kannst mir meine Master in der Noble-Karte finden. Ja. Ja. Ach, ich will ja nicht, Taylor. So. Ja. Ja, lass uns gucken, geht. Ja, lass uns gucken, geht. Ich weiß die Weg, folgst mich. Die Vanguard ist dein, Leidon. Oh, du kam, Herr. Ich muss mich anerkennen, ich habe Angst, dass du nicht. Aber ich werde mich vergessen. Du musst dich fragen, warum ich gerne mit einer Freundin von dir sprechen möchte. Ein Kind, mit dem ich dich zu sprechen. Sie ist die Spitzung von meinem junger Meister, duhst du? Okay. Okay. Hm, Daphne Soldat. Cool. Wo ist Daphne? Let me be the one to collect it. Greetings, everyone. Du hast etwas für mich? Da. Ja. 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 Dann gehen wir mal Daphne abliefern. Dann gehen wir mal Daphne abliefern. Ich wollte gerade fragen, woher kommt die endlich? Ich wollte gerade fragen, woher kommt die endlich? Das war schon. Ich wille mal... Also... ... Junge Master, sie ist hier. Wahrscheinlich. Ich könnte mich auf einen Schrauben schauen. Diana, du kannst du sie und sie in ihre Rolle trainieren? Wie du möchtest, Junge Master. Diesen Weg, wenn du es bitte, Frau. Okay. Ich hoffe, dass ein kleiner Schrauben sie in ihre Rehabilitation wird. Und eine Blöcke von Menschen, sie war da, du siehst. Keine Werte, ihre Tage werden besser mit einem Memento von ihrer alten Haus, bei ihrer Bedeutung. Alles ist bereit, Herr Master. Du musst nur Schlussieren. Oh, cool. Ja, was muss er denn noch mitnehmen, hä? Ja, was muss er denn noch mitnehmen, hä? Hm. Hm. So, was soll ich jetzt machen? Okay. 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 The lands around Melve are rife with poisonous flora. Tis not only poison the plants inflict, but drowsiness... Thanks, Sir. Stark nach Zyklopen? Also, Entgiftungssuit und... Ja, irgendwas gegen... mit... Hm. Hm. Stop by again soon. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are... Fancy a look at my wares? Do come again. Welcome. Well, men. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... ... ... ... ... ... ... ein Lok, ok. Das war's für heute. Woher kriegt man denn das? Ich hoffe, ich habe nicht vergessen. Du denkst, dass ich ein Medizin und ein Monster mit mir bringe. Was genau genau würdest du? Mal sehen. Ah, ich habe fast... Habe ich denn irgendwas, was Monster repellent? Ich werde sie jetzt sammeln. Es wäre ein Schmerz, dass sie die Location vergessen würden, wenn wir die meisten brauchen. Das ist ein Schmerz. Well met, Sie sind in Shakir's Inn. Sie werden schnell vergessen, wenn Sie die langen Reise verletzen würden. Okay. 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 Uh. Okay. I'll just come back. Hey. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich habe gerade mal nachgeguckt also so Oh, was würde ich nicht geben für eine Bolle heiße Steu? Gut, dann muss ich sagen, ich nur hoffe, dass ich nicht... Hm. Du denkst, dass ich ein paar Medizin und Monster-Repellent mit mir bringe? Wie genau würdest du sagen? Meine Dank. Ich bin sicher, dass diese in Use... Okay, wir schicken ein kleines Kind irgendwo hin. Interessant. So, dann wollen wir doch mal in den Außenposten reisen, wegen den... Oh. Äh, wegen unserer Feldshow. Bei uns ist stattdessen. Aus dem Außenposten schaden. Die Außenposten ist an der Bereich der Ressagee. Ich muss ein paar Koffer sehen, bevor ich dich aufhören. Was machen? Was machen? Oh. So, hier. Here you are, sir. Hope to see you again. Okay. I'm not trying to do this. Well, hello there, sir. Ah, there's always demand for weapons. Oh. 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 Oh, the price. Oh. 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 Das sieht cool aus. Oh. Das sieht nicht cool aus. Oh. Das sieht auch cool aus. Den brauche ich eigentlich für sie. Haha! Ja! 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 Okay. Boah! Ja, das sind leise Sachen. Ich glaube, ich kann immer ran. So. Dragon Stock mal zwei Goldfarm. So. 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 Sie macht wunderschön. Komm, wir haben viel zu machen. Ich hoffe, dass du gut bist. Das OX-Cart ist für Verne. Ich muss ein bisschen Geld sehen bevor ich dich auf. So, und dann wieder zurück. Mal gucken, ob Sebastian wieder da ist. Oh, der ist wieder da. Oh, eine Blu-Sumbrite. 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 Die sieht echt nicht gesund aus. Oh, eine Blu-Sumbrite. Oh, eine Blu-Sumbrite. Oh, eine Blu-Sumbrite. Oh. Oh. Cool. Erzählen die hier oben was? Okay. Okay. Oh. 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 Ich habe noch einen Blu-Sumbrit. Ich muss mich direkt nach Hause nehmen. Hast du mit der Guilden gearbeitet, Sir? Ich sollte... Hm. Ich bin froh, dass du mit dir unterstützt. Es ist immer ein Wunder. so ich werde jetzt mal eine kurze pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann mal gucken was wir dann jetzt hier weitermachen welche quests und 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 genau also holt euch was zu trinken und so und dann bis gleich 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 so und dann bis gleich 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 und dann bis 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 gleich und dann bis gleich und dann bis gleich und dann bis und dann bis gleich und dann bis gleich und dann bis gleich und dann bis gleich und dann bis 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 hin und dann bis gleich 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 dann bis dann bis hin und dann bis gleich 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 Dann müssen wir ein paar wiederbeleben, oder was? My curative magics are at your disposal. Wait right there. You can do better than that. Do not test me. This cannot be. Oh der greift dann auch wieder an. What a terrible witch. Oh I've got that. Have you a different destination in mind master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the oxygen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Ah, Sir Arisen. I've been meaning to speak with you. I see. After the rather strongly it was under unique circumstances, shall we say? You must understand. The house of the blue sunbright is our most. Thus, for the sake of all who reside herein. Though it pains me to perpetuate the girl's misfortune, it must be done. If the gracious hand... Sir Arisen Prey see to it, but nor do you believe it will be seen. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need the most. To be honest. Oh. I'm in fine. Right. What shall I get up to? Only... Welcome. T'is a ladder. Herr, können wir sehen, wo es geht? Na, du wirst bald vergessen, die fatigue der langen Reise. Du wirst mir nicht hören, um eine Early Repose zu erzählen. Das war's. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Much obliged. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Und gehen wir noch mal gucken. 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 Ops Eben die ganzen getöteten Wiederbeleben So Sind hier noch welche? Nö. Dann noch mal nach oben. Oh, nice. Bist wir dann jetzt hier links hoch? Okay. Okay, ja, Durchgang gewährt. Oder geht das hier auch noch irgendwie nach oben? Nö. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey! Oh, mein Gott. cool falls du dubiose taten in den städten auf den schloss gründen oder anderen orten an denen die orten und durchgesetzt wird begeht findest du dich eventuell von den wachen umstellt wieder woraufhin du festgenommen und in den kerker geworfen wird es gibt mehrere wege zu fliehen doch mit den werten zu reden ist ein guter anfang zu reden Oh, nee. Wo sind meine Gegenstände? Von Ratten kriege ich mal faulige Rippchen. Lecker. Oh Gott. So, Aufträge. So, ich habe die Rippchen. Wo ist denn der Magistrat? Okay, sind wir einfach mal außerhalb. Ah, das ist hier vorne. Okay. Okay, okay. Okay. So, dann gehen wir wieder nach draußen. Reset. So, oh. So, oh. So, okay. So, okay. So, okay. Oh. 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 Ich bin, wenn du wirklich bist, sprichst du, sprichst du, sprichst du, sprichst du, sprichst du. Nice, dann gehen wir da doch gleich mal gucken. Oh, okay, krass. Oh. Oh. Oh, krass. Dann gucken wir doch mal nach dem Typen. So. So. Da bist du ja. Okay. Okay. Oh. 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 Okay, wo ist denn Daphne? Okay, wo ist denn Daphne? Läuft die hier noch irgendwo rum? Oh. Okay, geht also nicht weiter. Dann hocken wir uns mal hin und pennen eine Runde. Okay. 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 Und warten wir eben bis alle da sind. Okay. 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 Not good. Okay. 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 Will you guys have a good one? Okay. 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 So. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Shhh... Dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo Gegner finden. Oh... No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off? A brief respite is nought to decry. Some among their ranks employ ranged attack. I recommend we make felling them our top priority. Very well. I must. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. Let's find magic's grant you an elemental boon. Okay, okay, that's also the boon. Okay, that's also the boon. Oh. Okay. Okay, also der macht doch so mini-Laune. Come to think of it. Come to think of it. I'll grab hold of the enemy so that you might strike true. That has to be said. Okay. Come on. Come on. Have at me. Come on. Come on. Come on. Demandons you are in need of healing. Allow me. Okay. Yay. Laufbahnaufstieg. Hehe. Und das gleiche für Kyra. Das ist nice. Okay. Das geht ja klar. Also, gucken wir mal, wo wir hier kommen. Okay. Das geht ja klar. Bäh. Bäh. At last. The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. No, we're not. We're not. We're not. We're not. We're not. We're not. Nice. Aber jetzt könnten wir die... ...Mission abschließen. Oh. Oh. Ganz anderem Ende der Karte. Ganz anderem Ende der Karte. There are useful ingredients to be gathered here, our wager. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Oh. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Oh. Okay. Wo gehen wir jetzt am besten? Oh. Okay. We're not. We got goblins. We need not shrink and down gaffe. You need strength to prevail over anything. Oh. Oh. Go do god, oh, god. ok hier muss ich land nun warte 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 Haha! Alter Schwede Schön Oh I Grant you Roaring Nein. Und, attack now, while the Earth has attempted to fix them a stranger in the red. Quitting out. Oh. Ooh. Ja, okay. Mit dem Lazarusstein, das war dämlich. Alter. Alter. Okay. Might there be ought over there? Let us ponder how best to proceed. Okay, wir müssen der Straße echt lange folgen. Oh. Oh. Noch ein bisschen sprinten. Ha, ha, ha. Ah. Okay. Oh, jesus. I'll do it. Ah, 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 ah. Halt weg! Oh. To the quick! Nice. 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 I grant you fire's blagues. Use it well. Gott, dieses schwere Atmen immer. Welche Statue? Hallo? So. Wie weit haben wir es bis... Okay, wir sind noch ganze Stücken entfernt. Hahaha. Haha. Ah. Ah. Ich will mal campen gehen. Ähm. Weil wir haben ja jetzt das neue Camp. So. Ah, da vorne ist ein Camp. Cool. Oh Gott. 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 Okay. Okay. Campen. Silitäre Ausstattung. Ich weiß nicht. Okay. Bis morgen schlafen. Ja, ja, wir laufen schon. So, ich muss mal eben kurz aufstehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Ja, ich bin alright. Dankeschön. Wir müssen aber hier lang. Nice. Alle platt gemacht. Wo müssen wir jetzt lang? Hier rüber? Ne, wir gehen einen weiter rüber. Wow. Na toll. Oh, noch ein Rang aufgestiegen. Nice. Nice. Uh-huh. Ja, hoppen wir doch auch. Oh! 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 Okay. Okay. Oh, was ist denn hier? Aufstieg! Yay! Ja, kein Ding. So, dann laufen wir hier einmal außen rum. Hm. Okay. 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 Dann haben wir die auch befreit. So. So. Und jetzt können wir die Mission machen. Okay. 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 Oh! Okay. 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 Okay, schade. Wollen wir mal da hoch? Das... Hm. So, wohin kommen wir hier? Oh, cool. 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 Okay. Cool. 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 Oh, der ist runtergefallen. Cool. Ist das ein Elfen-Tempel hier? Hier sind so viele Hirsche. Wo bleibt denn Vega? Vega? So, gucken wir doch mal weiter. Oh, hier ist eine Truhe, nice. Oh, hier ist eine Truhe. So, wo geht es denn hier lang? Oh Gott, Gott, Gott. Oh, was pimmeln die da unten rum? Oh Gott, Gott, Gott. Okay, wo sind wir? Okay, warum vibriert mein Controller die ganze Zeit? Ah, weil wir hier oben rauskommen, okay. Meditationsbogen. Okay. 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 Wo kommen wir denn hier raus? Hallo? Okay, where are we? Okay. Okay. Wow, that's quite a discovery. Oh. Heide Glaube, Waldheimat der Elben. Interessant. Okay. Okay. Spricht hier jemand meine Sprache? Okay. Ich verstehe kein Wort. Oh. Hallo? Oh. Oh. Oh, okay. 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 Der räumt auch aus. Hahaha. Das ist nice. Wo are you? Okay. Oh. Oh. Kannst du uns weiterhelfen? Okay. Ich verstehe kein Wort. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Das ist Laupers. Okay. Oh. Okay. Okay. Oh. 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 Äh... Okay. Gibt es denn hier irgendjemanden, der mich versteht? Der sieht gebildet aus. Der sah nicht gebildet aus. Okay. Hier in Iterond. Oh. 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 Neunhundert? Oh, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Wollen wir hier einfach mal pennen? Yeah. Smalls. Should we hunt a few monsters to start the day off? Off we go then. Ready to forge on? I'll get that for you. So. Da hinten ist noch eine Truhe. Die könnten wir uns holen. Okay. Uferfisch Okay Oh, was ist denn hier? Haus der Bewahrer des Lobes Gibt es hier jemanden, der uns versteht? Tigeraugen Ja, dankeschön Letzter Rutschstein Nice Aber hier ist echt keiner Was ist hier? Es ist nicht mehr oder weniger, als was man erwartet hat We'll find a use for it, I'm sure Letzter Rutschstein Hm Uh Ah, den kennen wir doch Uh-huh Okay Ich weiß nicht, dass ich ihn für mich bin. Das war's für heute. So, gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Das sieht hier nämlich so hart danach aus. Ein Fluss der Seelen, Donner der Harmonie. Okay. 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 Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir hier irgendwas bekommen, womit wir irgendwas laubenbrücken. Also, dass wir irgendwas bekommen, damit wir die Sprache vielleicht verstehen? Okay. Okay. Wir haben nur so weit entfernt. Hmm. Hmm. Okay. 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 Wie jetzt ist der Bart? Oh. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? I think it may be because of us. Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. The ruins... ... 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 Oh God. heilige kacke was ist das denn jetzt kämpfen wir gegen den golem ok gott okay und dann zimmern wir hier volle Pulle auf den Okay, der ist also ein bisschen stärker aber Okay Magisches mit der Young Oh Gott, was geht jetzt mit dem ab? Wow Jau Alter Alter Okay, Leute wieder beleben und Vega macht ihren Ding Okay Okay, da müssen wir jetzt volle Pulle rein zimmern Oh, Vega ist tot Na komm Vega, du schaffst das Woah Ja genau Genau Hmm... Ah, Gott sei Dank haben wir den geschafft, haha, alter Schwede. Ring der Entschlossenheit. Magische Medaillen. Ja, merke ich schon. So, und hier haben wir noch eine magische Medaille. Was sind denn magische Medaillen? Ein Metallfragment, das von einem Gunnel kann zur Verbesserung von Ausrüstung. Okay, super cool. Okay, hier hinten war irgendwas zum Essen. Und ein Campingplatz. Nice. Nice. So. Und nach diesem anständigen Video werde ich eine kurze Pause machen. Also sehen wir uns gleich wieder. Und dann reisen wir mit dem Reisestein zurück in die Hauptstadt, denke ich mal. Ja, gucken einfach mal weiter. Also, bis gleich. A": A imperson schon mal weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So... Okay... 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 Okay. Glad to assist you. Habe ich es geschafft das Spiel abstürzen zu lassen? Okay. Okay. Krass. Ah. Das hat geklappt. Okay. Das hat geklappt. Es ist komplett gecrashed. Krass. Und spielen wir noch eine Minecraft. Na bitte gucken. Um. So. 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 Im. Minekraft. Äh. Am. So. 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 Multiplayer. So. 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 Schauen wir einmal, ob hier alles in Ordnung ist. Okay, ich muss mal eben was ändern klemmen und... Ich bin gerade echt am überlegen, was ich machen wollte. Okay. 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 So. Äh, wieso habe ich denn jetzt ein Easter Egg bekommen? Äh, oh, da ist noch eins. Äh, cool. Habt ihr denn auch schon Easter Eggs gefunden? Ist das bescheuert. Ähm. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Also, was braucht der hier in der Gran Hexafluid? Fizzle Fuel Assassin. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay. Also könnte ich jetzt hier... Ich brauch doch ein Uranium Oxid. Enrichment Chamber. Sulfur Dust. Also machen wir davon erstmal Bean. So, fuhr. Cool B und eine Magmatic. Cool. Oh, hab ich keine? Blöde. Ja. Ja. Schau. Ja. 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 Ich mach doch gar nichts kaputt Oder ist jetzt schon wieder der Stream Ne, der ist in Ordnung, okay, gut So Magmatic As a brick Ach so Ja Der Arm ist Nicht die beste Qualität, sag ich mal Oh, ich hab ne Magmatic B Machen wir davon gleich Oh Boom 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 So, Rose. Das war's. 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 Oha. Das war's. das war's. Oh, ich soll's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 produziert. Das war's. 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 Upgrades. Das war's. Das war's. Oh, ne. Das war's. Okay. Das war's. 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 Solid werden. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, read. So. Ja, man könnte natürlich die Gas-Tanks von Mechanism nehmen, die großen. Und damit das Ganze dann irgendwie umsetzen. Mach's gut, Tronic. Bis die Tage auf jeden Fall und viel Erfolg euch mit eurem Maschinchen. Ja, so groß sind die nicht. Das dachte ich mir halt auch. Deswegen wollte ich das jetzt über die hier machen. Okay. Ja. Ja. So. Ja. Zum Glück. Deswegen machen wir das jetzt hier mit dem Storage. Das mache ich nur, weil's cool aussieht. So. 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 Äh. Oh. 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 Gas. Output. Gas. Output. So, was brauchen wir hier für eine Chemical Infuser? Ja, der Liquifier ist übelst schnell. Also das ist echt abartig, das Teil. Oh, hier müssen wir noch... Oh. Das ist ja egal. Strom ist egal. So. 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 Das war's für heute. Okay. Okay. Dann können wir das hier einfach eins zu eins wieder aufbauen. Okay. 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 Okay, Liquors Input. Liquors Input. Liquors Input. Liquors Input. Liquors Input. Liquors Input. Okay, mach das. Okay, mach das. So. Oh mein Gott. Jetzt haben wir sie. Okay. Ups. Okay. 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 Ich mach das mal ein bisschen vor. Okay. 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 So. Jetzt brauche ich wieder ein Bucket. Oh Und wir Bunkern hier alles gerade in Wie heißt das gleich noch In Functional Storage Oh So Genau Wir bunkern halt alles vor Und hier wird Das Zwischen gebunkert Jetzt haben wir die Stufe auch abgeschlossen Also das mit dem Sulfuric Acid Und dann brauchen wir Fission Fuel Uranium Hydrochlorid Chemical Desolation Chamber Okay So So Also Chemical Desolation Chamber Schem Wickel Sex Segen Jetzt Wir Okay. Ups. So. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich Urlaub. So. Exporter, Importer. Oh mein Gott. Gute Nacht und dann bis morgen würde ich sagen. So. Ups. Äh. Jein brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben hier ein Schwert. Das kann ich mal eben präsentieren. Das ist das Morgen. Ich schmeiß mal eben die Mobfarm an. Damit wir Mana oben links siehst du. Hier oben haben wir Mana, wo Mao steht. Und wenn wir das jetzt gleich ein bisschen aufgefüllt haben, kann ich dir mal zeigen, was das Schwert machen kann. Falls du es noch nicht kennst. Tronic hat hier nämlich einen netten Villager Spawner. So kann man das Schwert verbessern. Und man kann halt relativ krass viel Schaden verursachen. Also aktuell macht das pro Schlag, äh, 442 Staden. Und, ähm, du hast halt eine gewisse Reach. Was haben wir hier? Entity Reach 3. Das heißt, drei Gegner in der Umgebung können auf einen Schlag... Äh, also drei Blöcke im Voraus können alle Gegner getötigt werden. Als kleines Beispiel. Aber sonst, Mecha-Tools ist eigentlich ganz cool, aber, ähm, wir sind hier schon eh ein bisschen hart, ähm, drüber sein. Oh. Das Licht ausmachen. So, äh, was brauchen wir hier? Ja. Fuck it. Okay, das funktioniert nicht. So. Okay, das ist ein bisschen. Okay. Okay. So, ähm, ich brauche die Zeit. So, ähm, ich brauche mich. So, ähm, ich brauche dich. So, ähm, ich brauche dieseuche, die Zeit sind nicht immer gut. So, ähm, ich brauche dich. So, ähm, ich brauche dich. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen... Also... Ich finde die eigentlich... Oder das Ganze eigentlich so in Ordnung. Und ja... Vielleicht kommt es... Später eh mal dazu. Einfach nur, damit man... Äh... Die... Quests hier fertig macht. Weil da habe ich noch gar nichts gemacht. Ja... Und... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So Okay, damit haben wir Hydro Acid Buckets Okay Ups So Und wir brauchen hier Uh Und wir brauchen hier Und wir brauchen hier Oh, das funktioniert ja hinten vorne nicht Opa Danke, wünsche ich dir auch noch Und dann bis die Tage oder so Okay Das war's für heute. Das war's für heute. So. 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 Oh, ist komplett leer, okay. Okay, also. Okay, also. So. Tari, zwei Stück. 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 Tari, two Stück. Tari, duas Stück. Ach verdammt. 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 Okay. Ach verdammt. Freunde. Wir haben jetzt ein bisschen noch den Stream Abschluss gemacht und ein bisschen mehr am Mechanism gearbeitet und wir füllen jetzt unseren Tank hier mit Fizzle Fuel im Everbright. Und ich habe hier unten schon einen kleinen Turm gebaut, wo wir Waste Barrels reinbauen. Und ja, wir füllen den jetzt und gucken einfach mal nach, wie weit wir kommen. Und so sieht es jetzt aktuell in der Hauptbase aus. Das ist alles vollgestellt mit Maschinen und die können alle parallel laufen, da wir den Überschuss hier abbunkern können und ja aktuell ist hier ziemlich viel leer gesaugt worden, aber das füllt sich sobald wir unseren Fizzle Fuel voll haben. Und die Tage gucken wir dann mal, dass wir da ein bisschen mehr reinbekommen vom Waste und wir werden auch Waste Beaten einsetzen. Geplant ist, dass wir hier dann oder hier am besten das ganze Waste abfrühstücken, das ausliefern und wir dann zusätzlichen Waste dazu bekommen. Geplant ist, dass wir hier ein bisschen mehr reinbauen können. Nice. Oops. So, ich werde mich jetzt aber mal verabschieden, das ist gleich 12 Uhr, ich muss morgen früh zur Krankengymnastik und ja, also wünsche ich euch noch einen schönen Abend, danke fürs dabei sein auf jeden Fall. Und dann erholt euch gut und dann sehen wir uns morgen, die Uhrzeit weiß ich noch nicht genau, ich denke mal einfach random irgendwann, je nachdem wie ich Lust habe, da Urlaub und ich ordentlich reinbuttern kann in die ganzen Games, also schönen Abend euch noch und ja, gehabt euch wohl. Und dann bis zum nächsten Mal, ich guck mal, dass wir Turbinator raiden, mal gucken was der macht. Und ja, euch einen schönen Abend noch und dann bis zum nächsten Mal, ciao.